3 gewinnt! Ihr kennt noch das Spiel, 3 gewinnt! Und nun dessen Tennisform? Hm, nun sind wir bei Funke und mit Yoshi. Wie und wir müssen rein und kommen jetzt Mario Power Tennis. Ich lüfte aus dem Hummer-Spiel, damit ich gegen den Slime kommt. Ach, 3 gewinnt! Wir 3 gewinnt! Geschafft so! So! 3 gewinnt! 13 Funken geschafft! Und ja, 3 gewinnt! Aber, tja! Das ist das zweite Spiel! Machen wir weiter! Yoshi! 3 gewinnt! Was haben wir da erreicht? 3, 3 gewinnt! 3 gewinnt! Und wir holen den... Weiß ich nicht! Okay! Ich suche immer Mittel zu schaffen! Wir tun ihn rum! Wir tun hier, wir mit unseren Schiffen! Wir tun diese Barschung! Wir tun ihn die Räume! Drei haben wir gewinnt! Wir tun uns das machen! Wir tun sie wie, der dann heute verdient. Schiffen! Ja! Wenn wir die Räume noch angehen, Vielleicht nur noch zwanzig. Nein, das hat ihn nicht, Tolle. Die Zeit ist abgelaufen. Nochmal. Die Zeit ist abgelaufen. Leute, das ist irgendwie... Ist leider zu schwierig, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal. Weil, sonst geht nichts hin. Deswegen... Tja, also nächste Folge geht es dann weiter. Mit den... Mit den... Und dann geht es das nächste Mal mit... Hundefutter weiter. Was das wohl ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Also... Bis dahin nochmal Zeit und... Ciao, euer... Ciao, Leute!